Das ist Maria. Sie ist ein sehr gieriges Mädchen und sucht das Geld anderer Leute. Hallo meine Schatz. Das ist Lukas. Er ist Marias Verlobter. Er ist ein ehrgeiziger und kämpfender junger Mann. Schatz, du bist gekommen. Schön dich zu sehen. Schön dich auch zu sehen. Wie versprochen, habe ich meine Arbeit früher beendet, damit wir zusammen ausgehen konnten. Also, wohin gehen wir? Wir werden im Restaurant zu Mittag essen. Wow, ist dieses Restaurant fünf Sterne? Nein Liebling. Es ist ein normales Restaurant. Schon wieder? Ich bin deine Verlobte. Du weißt, dass ich keine billigen Restaurants mag. Ich verspreche Liebling, wenn mein Geschäft Fahrt aufnimmt, werde ich dir teure Dinge schenken. In Ordnung. Wir werden sehen. Jetzt lass uns gehen. Hat dir dieser Ort gefallen? Überhaupt nicht. Dieses Restaurant ist günstig und sehr unprätentiös. Schatz, sag nicht so etwas. Komm schon, nimm es leicht. Das ist Roma. Sie ist meine beste Freundin. Oh meine Süße, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, meine Freundin. Ich möchte dir meinen Verlobten vorstellen. Wir gehen zusammen zum Abendessen. Natürlich bist du bei uns eingeladen. Wow, das wäre großartig. Du weißt, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich warte darauf, dass du mich von zu Hause abholst. Bis später. Was hat sie gesagt? Wohin gehst du mit ihr? Sie möchte mir ihren Verlobten vorstellen. Sie hat mich zum Abendessen eingeladen. Das ist gut. Ich kenne deine Freundin. Sie ist eine nette Person. Natürlich ist sie nett. Sie ist auch sehr reich. Sie kauft mir immer teure Kleidung und nimmt mich mit in schicke Restaurants. Wir werden in einem Fünf-Sterne-Hotel zu Abend essen. Komm schon, bring mich nach Hause. Ich muss mich für heute Abend fertig machen. Okay, Liebling, lass mich die Rechnung bezahlen. Kellner, bringen Sie mir bitte die Rechnung. Hier ist Ihre Rechnung, Herr. 125 Dollar? Das ist zu teuer. Ja, Herr. Ihre Freundin hat den teuersten Burger bestellt, den wir im Restaurant haben. Okay. Hier sind Sie. Hallo, Mama. Hallo, Liebes. Wie war dein Mittagessen? Das Mittagessen war sehr langweilig und billig. Ich bin es leid, in die billigen Restaurants zu gehen, in die Lukas mich mitnimmt. Er hat keinen guten Job. Er kann mich nicht in ein schickes Restaurant mitnehmen. Ich will einen reichen Mann, der mich mit teuren Geschenken überschüttet. Er ist ein guter Kerl. Er liebt dich sehr. Er wird in seiner Zukunft viel Geld verdienen. Ja, wir werden sehen. Glaub mir, meine Tochter, Lukas ist ein ehrgeiziger und kämpfender junger Mann. Irgendwann wird er mehr Geld verdienen. Okay, Mama. Ich gehe in mein Zimmer. Roma, bist du bereit? Das ist Roma. Sie ist ein gutherziges und unschuldiges Mädchen. Sie lebt mit ihrer Mutter, und sie haben ihre eigenen Unternehmen. Ja, Mama. Ich bin bereit. Wie sehe ich aus? Du siehst umwerfend aus Liebes. Wo ist Thomas? Er kommt jetzt. Eigentlich müssen wir Maria von zu Hause abholen. Warum hast du sie eingeladen? Sie ist ein sehr gerissenes Mädchen. Ich mag sie nicht. Mama, sie ist meine beste Freundin. Sie ist sehr nett. Du weißt, wie sehr ich sie liebe. Ich habe die Welt gesehen, Roma. Du denkst, jeder ist nett wie du, aber du liegst falsch. Mama, bitte. Roma, ich bin gekommen. Thomas, mein Schatz. Gehen wir jetzt? Ja, lass uns gehen. Du siehst umwerfend aus, meine Liebe. Danke, mein Liebling. Du siehst auch wie immer sehr elegant aus. Oh, ich erinnere mich. Wir müssen meine Freundin abholen. Okay, meine Süße. Kein Problem. Wow, was für ein teures Auto. Danke, dass du mich abgeholt hast. Komm schon, du bist mein beste Freundin. Maria, das ist mein verlobter Thomas. Hallo Thomas. Ich bin Maria. Schön, dich zu treffen, Maria. Schön, dich zu treffen, Maria. Ich habe schon viel von dir gehört. Roma hat mir erzählt, wie sehr du sie liebst. Schön, dich auch kennenzulernen. Das Gefühl ist gegenseitig. Und übrigens, ich muss sagen, dein Auto ist wirklich beeindruckend. Danke, Miss Maria. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Bitte, nenn mich einfach Maria. Keine Formalitäten. Natürlich Maria. Ich liebe diesen Ort, Liebling. Du hast wirklich einen guten Geschmack. Du bist mein Schmetterling, Roma. Alles Glück der Welt gebührt dir. Schmetterling? Warum hat sie so viel Glück? Maria, was denkst du gerade? Nichts meine Süße. Du siehst wunderschön aus. Du auch meine Süße. Thomas, sollen wir jetzt bestellen? Ja, natürlich. Was möchtest du, Liebling? Ich denke, ich werde ein Steak nehmen. Gute Wahl. Ich werde mich für den Fisch entscheiden. Ich nehme auch den Fisch. Aber Maria, du magst doch normalerweise keinen Fisch. Heute möchte ich etwas Neues ausprobieren. Ich muss etwas erledigen. Oh, es tut mir leid, Liebes. Ich habe nicht aufgepasst, und meine Hand ist ausgerutscht. Kein Problem. Ich wasche es einfach ab. Du musst es jetzt waschen, sonst geht der Fleck nicht raus. Ich glaube, du hast recht. Bitte, sei nicht traurig. Ich bin gleich zurück, Liebling. Okay, Roma. Es ist ein wenig kühl hier. Hinter dir steht eine Klimaanlage. Aha, das erklärt es. Ich sollte wohl meinen Platz wechseln. Wie du möchtest. Jetzt fühle ich mich besser. Thomas, erzähl mir. Was machst du beruflich? Ich habe mein eigenes Geschäft. Ich leite ein Unternehmen im Technologiebereich. Interessant. Und lebst du allein? Ja, ich habe mein eigenes Haus. Meine Eltern wohnen in Paris. Das klingt wirklich beeindruckend. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe mein Handy verloren. Könntest du bitte meine Nummer anrufen? Ja, sicher. Was ist deine Nummer? Oh, es ist hier. Es war in meiner Tasche. Danke. Wo ist Roma? Sie braucht zu viel Zeit. Ich weiß nicht. Ich gehe nachschauen. Hast du sie, wie wir vereinbart haben, auf der Toilette eingesperrt? Ja, gnädige Frau. So wie sie gesagt haben. Perfekt. Hier ist dein Geld. Jetzt verschwinde und vergiss, dass du mich kennst. Vielen Dank und viel Glück. Danke, Maria. Du hast mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Jemand hat mich hier eingeschlossen. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Dann habe ich Stimmen aus dem Badezimmer gehört. Danke, Maria. Du bist wirklich meine Retterin. Komm schon, Roma. Du bist meine beste Freundin. Kopf hoch. Lass uns zurückgehen zu Thomas. Er wartet auf uns. Okay. Lass uns gehen. Jetzt warte einfach ab. Ich werde deinen Verlobten von dir stehlen, Roma. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich laman sich re tramp费. Ich laman. Mach heart würde mir vor. idir,经重要 ist, auf eine Felipe. overwhelm沒事 gen là nach. Und es geht los. Ja.